Hallo zusammen, Izzocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der Milziös anzunehmen bei Gnomus im Schattenmontal an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vorquest ist mir nicht bekannt. Ich zeige euch nun wo man diese Teufelsfeuer Milz am besten farnt, meiner Meinung nach. Solltet ihr eine bessere Stelle kennen, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das ganze sollte aber euch auch in BC Classic helfen. Ihr seht, hier gibt es drei Questgebiete. Also müsste es die gesuchten Mobs auch in diesem Gebiet geben. Man benötigt diese hier, das sind aber plus drei, dann sind verteilt, also das Gebiet kann ich nicht empfehlen. Es sei denn es sind viele Spieler an dieser Quest dran. Und hier bei diesem Teich würde ich die Quest machen und da zeige ich euch auch die Quest. Weil das sind wesentlich mehr Mobs finde ich. Und man muss nicht lange Strecken zurückliegen um die Mobs zu pullen. Und wie gesagt ist nur meine Meinung. Da war schon ein Quest-Item. Ja wunderbar. Ich pulle mal ein paar Mobs zusammen. Könnte sein, dass wenn ihr das in BC Classic versucht, es so nicht klappen wird. Denn die Mobs glaube ich haben ziemlich viel Schaden gemacht. Jetzt hatte ich gerade ein Frosch im Hals. Weiß nicht, muss ich mich dafür entschuldigen. Ich glaube nicht. So und mal schauen, ob hier auch noch Quest-Items dabei sind. Hier seht ihr nochmal in welchem Gebiet ich bin. Kein einziges Quest-Item. Okay, okay. Ich kann damit leben. Aber vermutlich werde ich gleich eine Aufzeichnungsunterbrechung machen. Wenn hier auch keine Quest-Items sind oder nur wenige oder... Na, auf jeden Fall werde ich eine Unterbrechung machen. Weil das Ganze scheint ein bisschen zu dauern. Und sobald ich meine Teufelsfeuermilze zusammen habe, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Falls ihr das schon wisst oder eine Idee habt, wäre es trotzdem cool, wenn ihr dabei bleibt. Das würde meinem Kanal sehr helfen. Beziehungsweise ihr müsst gar nicht dabei bleiben, aber das Video zu Ende laufen lassen. So. Und hier habe ich wieder ein Quest-Item. Ja, das geht ziemlich langsam. Und ihr seht, aus der Lava könnt ihr auch noch Mobs pullen. Also ich finde, das ist ein sehr guter Spot, wenn er nicht überfarmt ist. Logisch. Ich mache jetzt die Unterbrechung. Nicht wegschalten. Bis gleich. Da habe ich schon 7 von 8 Quest-Items. Das ging in diesem Gebiet ziemlich flott. Lag wohl daran, dass ich immer möglichst 2-3 Mobs zusammen gepullt habe. Falls ihr sie einzeln pullt, könnte es sich ein bisschen ziehen. Aber dennoch gab es immer genug Mobs. Und wie aber... Ja, es gibt viele Abers. Ich nehme die Quest im Retail auf und nicht in BC Classic. Falls da mehr Spieler unterwegs sind, dann sind hier nicht so viele Mobs, schätze ich. So, 3 Mobs. Jetzt müsste es ein Quest-Item geben. Nein! Gibt es ja nicht! Vorhin habe ich immer 2 getötet. Und mein Pet ziehe ich aus der Lava. Ich will nicht in die Lava zum Looten. So. Ich hoffe, dieser Mob, das ist der 4. Mob, der müsste es was geben. Ja. Uh! Glück gehabt. Jetzt geht es zurück zum Abgabe-NPC. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob zurück. Vielleicht dieses Jahr ein anderer NPC. Ich habe auf YouTube es auch geschafft, die Kanal-Mitgliedschaft zu aktivieren. Falls es euch auch nur ein bisschen interessiert, einfach draufklicken. Gibt auch ein Info-Video, warum, wieso, weshalb, wieso. Falls es euch nicht interessiert, einfach ignorieren. Keiner wird zu irgendwas gezwungen. So, Quest ist abzugeben bei Gnomus. Im Schatten-Muntal. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr mir auch helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It's okay. Ende.